Das heutige Horoskop Wassermann, 25. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Drama wird Sie heute garantiert finden. Ihr planetarischer Mitherrscher, der mächtige Saturn, wird einen heftigen Zusammenprall von Feuer und Eis mit der herrlichen Sonne erleben, die jetzt in Ihrem Solarhaus der Freundschaften und Gemeinschaften stationiert ist. Dies führt dazu, dass Sie sich ausgelaugt und gebrochen fühlen und das Gefühl haben, Ihr gesamtes Selbstwertgefühl verloren zu haben, insbesondere weil schlechte Nachrichten über Ihre Freunde, Ihr soziales Netzwerk oder sogar Ihren Ex auftauchen können. Man könnte sich blind und entsetzt fühlen, völlig betrogen und wütend. Das Beste, was Sie tun können, ist, den Aufruhr vorüberziehen zu lassen, damit Sie eine ohnehin schon toxische Situation nicht noch verschlimmern. Was möchten Sie erreichen? Die Welt fühlt sich vielleicht nicht wie eine Auster für Sie an, wenn die Sonne im Schützen im Quadrat zu Saturn in den Fischen steht. Während sich das Quadrat entfaltet, kann es die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit und Stabilität Ihrer Unternehmungen lenken. Das realistische Nachdenken über Ihre Ziele kann dazu führen, dass Sie Anschwung verlieren, da Sie möglicherweise nicht mehr sicher sind, welchen potenziellen Wert das haben, was Sie tun möchten. Sie könnten dieses Quadrat jedoch nutzen, um Ihre Sichtweise zu ändern. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Unternehmungen und Wünsche unglaublich erfolgreich sein werden. Während der Mond gestern Ihren Einkommensbereich verlassen hat, ist Ihr Gespür für Geld in den letzten Stunden des Mars in Ihrem Karrierebereich immer noch scharf. Einen Tag, nachdem die Sonne gestern ihren Karriere-Sektor verlassen hat, der Mars heute und der Zwergplanet Ceres morgen, ist ein Anstoß gekommen, die verbleibenden Wochen dieses Berufsjahres auf den neuesten Stand zu bringen, mit einem besseren Gespür dafür, wo das Geld ist. Dies ist etwas, das Venus als Planet des Geldes ausnutzen wird, wenn sie Anfang nächsten Monats in Ihren Berufsbereich zurückkehrt. Die Dinge fühlen sich heute vielleicht etwas unruhig an, und sie haben Recht, wenn sie auf sich selbst hören, auch wenn sie dadurch den Eindruck erwecken, anderen gegenüber gleichgültig zu sein. Es gibt keinen besseren Weg, sich zu schützen, als dem treu zu bleiben, von dem Sie wissen, dass es das Richtige für Sie ist. Dem Druck der Außenwelt nachzugeben kann oft dazu führen, dass man unglücklich ist. Versuchen Sie, die Sicherheit Ihrer Privatsphäre zu genießen, aber achten Sie darauf, sich nicht völlig einzuschließen. Es wird dringend empfohlen, an etwas beruhigendem Yoga teilzunehmen. Willkommen an einem viel helleren Tag Wenn Ihnen die gestrige Vibration eine beträchtliche Intensität beschert hat, wird es Ihnen gut tun, sich heute zurücklehnen und die Essenz genießen zu können. Es ist nicht notwendig, die Welt jeden Tag auf Ihren Schultern zu tragen. Tatsächlich steigern Sie Ihre Produktivität, wenn Sie sich Zeit für sich selbst nehmen und sich an anderen erfreuen. Auch Ihr Geist braucht Ruhe, und es gibt kein besseres Mittel gegen übermäßige Energie als viel Lachen. Viel Spaß heute! Nur wenige Stunden, nachdem die Sonne heute Ihren Karrierebereich verlässt, verlässt der Mond Ihren Einkommensbereich. Dies hat Ihnen in den letzten Tagen ein klareres Gespür dafür vermittelt, wo das Geld ist, während Ihre Karriere und Ihre berufliche Situation, Angelegenheiten und Optionen noch in der Sonne lagen. Und das ist etwas, was Mars an seinem letzten vollen Tag in Ihrem Karrierebereich tun wird weiterhin ausnutzen. Dennoch arbeiten Sonne und Mond immer noch zusammen, wobei der Mond in den frühen Morgenstunden der Sonne in Ihrem Freundschaftssektor nicht nur in Ihren Kommunikationssektor zurückkehrt, sondern direkt in einen freundlichen Aspekt übergeht. In einer Zeit, in der Venus, der Planet der Liebe, Herzensangelegenheiten Auftrieb gibt und es besonders darum geht, den Geist von Romantik und Abenteuer zusammenzubringen, werden Ihre Beziehungen heute von der Rückkehr des Mondes in Ihren Kommunikationsbereich profitieren. Da der romantisch aufgeladene Vollmond nur noch vier Tage entfernt ist, haben Sie Zeit, Ihre Beziehungen zu klären und vor allem die Kommunikationswege offen zu halten. Täglicher Planetenüberblick Die Ausrichtung der Sonneschütze auf Saturn in den Fischen hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Selbstwahrnehmung und kann möglicherweise zu einem vorübergehenden Rückgang unseres Selbstvertrauens führen. Während dieses Transits können Gefühle der Begrenztheit und Stagnation vorherrschen, sodass persönliches Wachstum schwer fassbar erscheint. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese herausfordernde Energie flüchtig ist und nur einen Tag anhält. Anstatt Rückschläge als persönliche Angriffe zu interpretieren, konzentrieren Sie sich auf Aktivitäten, die Ihrem Leben etwas Positives verleihen. Auch wenn es verlockend sein mag zu glauben, dass jemand Ihnen alles bieten kann, was Sie brauchen, seien Sie vorsichtig. Wenn ein Angebot zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich auch so. Seien Sie vorsichtig bei voreiligen Entscheidungen, insbesondere wenn es um erhebliche Risiken geht. Nein zu sagen, auch wenn es herausfordernd ist, ist unerlässlich, um ungünstige Ergebnisse und mögliche Lächerlichkeit zu vermeiden. Wenn Finanztransaktionen auf Ihrer Agenda stehen, nehmen Sie sich die Zeit zum Nachdenken, da Hindernisse eine reibungslose Lösung behindern können. Das Aufschieben von Käufen auf einen günstigeren Zeitpunkt kann zu einem günstigeren Ergebnis führen. Während die Rückkehr des Mondes in Ihren Einkommensbereich nur wenige Stunden, nachdem die Sonne gestern in Ihren Karrierebereich zurückgekehrt war, ein großer Vorteil war, ist es ein noch größerer Vorteil, ihn heute hier zu haben. Der Mond ist da und sorgt dafür, dass Ihr Gespür für Geld geschärft ist, während der Mars zu seinem ersten Besuch in Ihrem Berufssektor seit zwei Jahren zurückkehrt und erst im Januar abreist. Damit beginnen einige der wichtigsten Wochen dieses und Ihres Berufsjahres 2024 links, wo das Geld von Anfang an ist. Finden Sie in Ihrer Freizeit Freude und Erfüllung in Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten. Ihre Fähigkeit, geliebten Menschen das Gefühl zu geben, sich wohlzufühlen, ist ein Beweis für Ihren positiven Einfluss und die Förderung blühender Beziehungen. Die Intimität in Ihren engsten Verbindungen vertieft sich und es entstehen leidenschaftlichere Bindungen. Finanzielle Herausforderungen können jedoch einen Schatten auf Ihr allgemeines Wohlbefinden werfen, Ihr Urteilsvermögen trüben und es schwierig machen, gute Chancen zu erkennen. Vermeiden Sie den Drang, Erfolg zu erzwingen und meiden Sie riskante Investitionen. In dieser herausfordernden Zeit wird Ihnen ein ruhiges Auftreten von Nutzen sein. Himmel für heute Nachdem die Sonne Ihren Finanzsektor verlassen hat, markiert heute auch der Austritt des Mars. Der Mars geht jedoch nicht, ohne Ihre finanziellen Leidenschaften und Ihren Kampfgeist zu entfachen und Sie mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, um Ihre finanzielle Stärke zurückzugewinnen. Obwohl der Mars erst in zwei Jahren zurückkehren wird, vermittelt Ihnen der bevorstehende Abgang des Zwergplaneten Ceres morgen ein klareres Verständnis dafür, wofür Sie kämpfen. In Ihren letzten Stunden blickt Ceres über bloße Geldsorgen hinaus und konzentriert sich auf Ihre echten Bedürfnisse und Prioritäten. Während sich die Räder dieses Jahres beschleunigen, ist das erhöhte Tempo nicht nur auf die Dynamik der Planeten zurückzuführen, sondern auch darauf, dass sich entfernte Ziele schnell nähern. Diese Beschleunigung erstreckt sich auch auf die Einkommensseite, wo die Lage derzeit relativ ruhig und stabil bleibt, aber dennoch ein Gefühl bevorstehender Veränderungen in der Luft liegt. Seien Sie vorsichtig vor den Gefahren der Extravaganz und des übermäßigen Genusses. Möglicherweise sind Ihre aktuellen Fantasien zu optimistisch und es ist wichtig, unnötige Unzufriedenheit mit Ihren Umständen zu vermeiden. Nehmen Sie eine realistische Perspektive ein und meiden Sie unpraktische Gefühle und Sehnsüchte, die nicht zu Ihrem Glück beitragen. Auch wenn verlockende Investitionsangebote auf Sie zukommen, seien Sie geduldig. Im Finanzbereich sind möglicherweise nicht alle Fakten bekannt und es könnten versteckte Fallstricke oder Überraschungen lauern. Das Abwarten auf den passenden Moment gewährleistet eine fundiertere Entscheidung. Ein plötzliches, unerwartetes Ereignis kann eine völlige Änderung Ihrer Pläne erforderlich machen und den Verlauf der sich entwickelnden Ereignisse verändern. Anstatt entmutigt zu werden, sollten Sie erkennen, dass eine sorgfältige Planung alles überraschende Freuden und unvorhergesehene positive Ergebnisse des Lebens ausschließen kann. Bleiben Sie wachsam gegenüber den verborgenen Schätzen, die das Leben birgt, denn Sie können letztendlich Ihren Lebensweg positiv verändern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.